Schön Sie zu sehen, Sie strahlen wahnsinnig viel Kraft, Schönheit und Stärke aus. Dankeschön. Woher nehmen Sie das? Was macht Sie stark? Ich glaube es teilweise natürlich auch einfach, dass alles super läuft. Toi, 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 ich fühle mich sehr gesegnet. Ich bin glücklich in meinem Job, happy, wo ich wohne in Hamburg. Glücklich, dass ich der beste Sohn der Welt habe, der jetzt endlich bei mir zu Hause ist für die nächste Woche. Und ich einfach das genießen kann, auch wirklich Quality Time mit meinem Sohn zu haben. Unsere Freundin ist auch da. Es ist für mich wirklich, also die Welt ist sowas von in Ordnung. Und dann kann man hier natürlich auch so strahlend stehen, weil dann ist man einfach glücklich, wie alles läuft. Sie haben eben über Wünsche und Träume Ihres Sohnes gesprochen. Was sind Ihre Wünsche und Träume? Also eigentlich, ich bin so dankbar, wie mein Leben jetzt ist. Die Gesundheit von mich selbst und meiner Familie, wo ich wohne. Ich wohne in der schönsten Stadt der Welt. Sorry, ich bin für Berlin, aber Hamburg ist schöner. Upsi. Und ich bin einfach glücklich zufrieden. Ich liebe meinen Job, die Vielfaltigkeit, die Abwechslung. Ich bin einfach super dankbar. Und ich habe dann auch noch tolle Freunde um mich herum. Also meine Familie, meine ausgewählte Familie in Hamburg. Mein Team, mit wem ich so glücklich arbeite. Und das macht mich einfach sehr strahlend hier, weil ich bin einfach, wie gesagt, im Reinen mit mir selbst und kann das genießen. Und die Männerwelt legt Ihnen zu frühestens. Strecken Sie schon ein bisschen die Fühler auf? Ach nein, um Gottes Willen. Ich doch nicht. Nein. Wie kann man denn Ihr Herz erobern? Das weiß ich auch nicht. Dankeschön, wir kriegen Anwalt an.